Gehört auch Ihr Unternehmen zur überwiegenden Mehrheit der deutschen Unternehmen, die bereits Einzelprojekte im Bereich Smart Factory, Industrie 4.0 oder digitale Transformation angestoßen haben? Gehört Ihr Unternehmen auch zu der überwiegenden Mehrheit der deutschen Unternehmen, bei denen der Rollout dieser Projekte spätestens zum Abbruch geführt hat? Falls ja, dann habe ich genau das Richtige für Sie. Besuchen Sie unser eintägiges Seminar Fahrplan Smart Factory. Neben grundlegendem Smart Factory Wissen zeigen wir Ihnen, welche Bausteine für eine digitale Transformation der Wertschöpfung unbedingt notwendig sind. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit welchen Methoden Sie eine erste Potenzialanalyse durchführen können und wie Sie aus diesen Potenzialen eine effektive Roadmap bauen können. Wir zeigen Ihnen zudem, wie Sie mit einem agilen Projektmanagement schneller zu sichtbaren Ergebnissen gelangen. Wir verdeutlichen Ihnen die gezeigten theoretischen Inhalte an konkreten Beispielen und an entsprechenden Fallstudien. Neugierig geworden? Dann würde ich mich freuen, Sie bei einem unserer beiden Seminartermine in 2020 begrüßen zu dürfen. Fahrplan Smart Factory. Bis dorthin, Ihr Jochen Schlick.